Willkommen bei unserem Hooked FM Gamescom Special Tag Zero. Wir sind heute in Köln angekommen, noch nicht auf der Messe. Ja, so halb angekommen. Ja, zu der Geschichte kommen wir gleich. Die startet ja erst morgen, haben heute schon mehr erlebt, als uns lieb ist, das wir euch natürlich mitteilen wollen, waren auch bei der Microsoft-Konferenz vor Ort, haben das alles gesehen, das werdet ihr wahrscheinlich auch im Stream verfolgt haben oder die News im Nachhinein gelesen haben. Darüber werden wir gleich reden. Und ich würde aber sagen, wir fangen an mit der Odyssee, die da war, unsere Reise nach Köln. Ja, wow. Also, Video gibt es davon nicht, weil wir zu keinem Zeitpunkt eine... Also, ich war nervlich gar nicht dazu imstande, daran zu denken, an die Seite, an Aufnahmen zu machen. Ja. Weil diese Zugfahrt war die absurdeste Fahrt, die ich je irgendwie gemacht habe. Ich fahre ja diese Strecke schon des öfteren Mal. Das war genau die gleiche Strecke, die ich auch fahre, wenn ich von Berlin nach Hause fahre, also zu meinen Eltern. Und da läuft es eigentlich fast immer gut, wenn ich gerade irgendwie, ich weiß nicht, die Überschwemmung ist oder so. Aber heute hat uns so ein bisschen, also den ganzen Tag über schon das Unglück gepackt ist angefangen, dass wir halt, wir haben uns in 9 Uhr an der Stelle getroffen und da war direkt halt U-Bahn am Arsch wegen irgendwas. Die lief halt nur alle Viertelstunde, alle zwei Minuten, was schon problematisch war. Aber da waren wir früh genug da, das war kein Problem. Wir sind um 9.45 Uhr gefahren, um das mal zu erklären, vom Hauptbahnhof aus. Sollten dann um 14.10 Uhr in Köln ankommen und um 4 Uhr wäre dann die Pressekonferenz von Microsoft losgegangen. Das heißt, es wäre alles ohne Probleme. Genau. Bevor wir das fortsetzen, mir fällt gerade noch ein, ihr werdet sicherlich merken, dass der Ton anders klingt. Wir haben ein Mikrofon von Mats bekommen. Mats Läubler. Mats Läubler, genau. Besuch hier auf der Superkreuzburg. Vielen Dank an der Stelle nochmal dafür. Aber falls das hier irgendwie komisch klingt, oder besser, es liegt halt an diesem Mikrofon. Wir sind in einem sehr kleinen Hotelzimmer. Heiltechnisch dürfte das eigentlich gehen. Wir haben das Mikrofon hier zwischen uns liegen. Ich hoffe, das klappt. Wir haben ein paar Testaufnahmen gemacht, das klang alles gut. Aber falls es da irgendwelche, falls es gerade einfach so krass anders klingt, nicht, dass ihr euch weiter wundert. Jetzt habt ihr euch schon 5 Minuten gewundert. Genau. Seit uns. Zoom. Jetzt hast keiner, wovon du redest. Nee. Das Mikro, da steht Zoom drauf. Da steht Zoom drauf. Ja. Okay, so, bitte fortsetzen. 4 Uhr sollte die Konferenz los. 6 Uhr geht die Konferenz los. Wir wollten ankommen um 14.09 Uhr. Damit wäre alles ganz entspannt gewesen. Sehr entspannt. Ja. Mann, wäre das schön gewesen. Das wäre das gewesen. Dann kam auch pünktlich, aber ist gut. Und dann kam irgendwann so die Durchsage von wegen, wegen einem Notfalleinsatz müssen wir leider Bielefeld, glaube ich, umfahren. Was ja mir wiederum zeigen könnte, dass es Bielefeld tatsächlich vielleicht nicht gibt. Aber deswegen muss der Bielefeld umfahren werden, weil es irgendeinen Notfalleinsatz dort am Bahnhof gab. Und deswegen kam halt zur ersten eine Durchsage, die sagte, ja, guten Tag. Leider, wegen Notfalleinsatz müssen wir auch fahren. Bielefeld entfällt dafür. Dafür fahren wir schlussendlich über Löhne oder sowas. Ja. Da dachte man so, ja, na gut. Und dann war ein guter Jahr. Mein Gott, wir sind ja früh genug gefahren. Da habe ich gesagt, solange es nicht länger als eine Stunde ist, ist alles gut. Also das waren wirklich die Worte, die Robben gesagt hat. Ja. Und original so ein paar Sekunden später kommen sie durchsagen. Ja, guten Tag. Wir kommen dann bei, wir fahren jetzt nach Löhne statt nach Bielefeld. Wir werden da mit einer Verspätung von 90 Minuten zu rechnen haben. Das kam halt direkt als Antwort auf meinen Kommentar. Solange es länger als eine Stunde geht, da dachte ich schon, ey, herzlichen Glückwunsch. Weil 90 Minuten, dann kommen wir halt statt 14.10 Uhr um 15.40 Uhr am Hauptbahnhof an. Und um 16 Uhr geht halt die Konferenz los. Da kann man sich schon denken, das würde eher knapp. Ab dem Zeitpunkt hat dann Robin auch quasi angefangen, Pläne zu schmieden, wie man es doch noch schaffen könnte, da hinzukommen. Ja, und ich wurde schon sehr nervös, weil ich habe mich sehr gefreut darauf, diese Konferenz live trachten zu dürfen. Das war ein, hauptsächlich ein Up der Gefühle für Robin ab diesem Zeitpunkt. Und dann stellte sich heraus, weil du auf Twitter so ein bisschen unterwegs warst, dass es noch einen anderen Zug gab, nämlich den vor uns, in dem so ziemlich die gesamte andere Mannschaft der Berliner Journalistenszene saß. Bei uns waren ja auch noch mehr, muss man dazu sagen. Bei uns waren auch noch mehr. Okay, krass, da wusste man nichts von. Dann kamen sie noch ein paar Sekunden später wieder und sagten so, nee, ist doch nicht hier. Weil sie dann erfahren haben tatsächlich, dass die dachten, die bei dem gleichen Zug, aber die ganzen Giga-Leute und halt Gamona, Spieletipps, also Leo, Christine, Malte, Jo, die ganze Schose waren alle in einem Zug vor uns. Die sind also eine Stunde vor uns aus Berlin losgefahren. Hatten aber ähnliche Probleme, wenn nicht sogar noch deutlich mehr Probleme. Ja, weil sie im Endeffekt gleichzeitig mit uns ankam und dass das irgendwie zustande gekommen ist, ist wirklich, weiß ich nicht, das hat ja auch noch nicht erlebt in der Also ich möchte das nochmal kurz chronologisch weiterführen. Das wird dann so aus halt, dass wir irgendwann so weiterschreiben und sagen, ja nee, wir sind jetzt irgendwie 110 Minuten Verspätung und die sind im Schritttempo wohl gefahren, weil sie an jedem Bahnübergang, hatte mir Malte danach erzählt, mussten sie irgendwie, musste einen irgendwie aussteigen aus dem Zug oder so und dann diesen Bahnübergang überwachen, weil die nicht, ja nicht gesichert waren. Aber wir sind da komplett einfach durchgebrettert. Also ich weiß nicht, ob da einfach der Zugführer sich verarscht hat oder sonst irgendwas. Und irgendwann sind wir dann in einem Bahnhof in Hamm halt angekommen und in Hamm wird der Zug geteilt. Das heißt, es werden ja statt einem zwei Zugführer gebraucht und halt auch Leute, die den Zug teilen. Dann standen wir da irgendwie so schon fünf Minuten, zehn Minuten und 15 Minuten und so, boah, fuck, der war schon ziemlich lange da. Und zu diesem Zeitpunkt war es halt schon so, wir hatten zu diesem Zeitpunkt schon statt den 90 Minuten nur noch 70 Minuten. Ja, weil wir quasi auf dieser, ich weiß nicht, jetzt haben wir einfach 90 Minuten geschätzt, aber wir sind irgendwie schnell genug gefahren, dass es wieder auf 70 ist, wieder runter. Sogar noch weniger, zu dem Zeitpunkt hat er sogar noch weniger. Okay. Hat man, glaube ich, über 60 oder sowas, wo wir uns schon gesagt haben, okay, nee, dann schaffen wir das ja noch. Ja. Aber da habe ich dann halt so auf Twitter geschrieben, so, ja, jetzt, wo dann die Durchsage halt kamen, von wegen, ja, gut, doch, sie bemerken vielleicht, wir fahren nicht. Und der Woche ist ja so mega glücklich, der, der Fahrer und seine Durchsage hat mich auch wütend gemacht. Äh, ja, wir stehen hier, haben es ja vielleicht gemerkt, ähm, und dann sagt er, ja, es fehlt halt doch Personal, das ist nicht da. Ja. Wo ich mir so denke, ja, wir sind jetzt, war ja nur ab, die beiden letzten eineinhalb Stunden, wo wir die Umfahrt gefahren sind, dass wir vielleicht hier zu diesem Bahnhof kommen. Ich habe das so auf Twitter und in der Sekunde, also wir hatten quasi schon so einen ewigen Twitter-Feeds, wo halt, wie alle, also Christine und Tino und Hyuga und Mikkel und alle zusammen diese, mit 15 Menschen's Problem-Post da geschrieben haben und, äh, schreibt das halt auf Twitter und dann bekomme ich halt die Antwort, ja, und was sollen wir erst sagen von Christine und dann gucke ich halt nach links und dann steht halt deren Zug im Gleis neben uns ebenfalls da. Ja. Und das ist halt so krass, weil die sind eine Stunde früher losgefahren und dann haben wir sie echt eingeholt, aber dann sind sie irgendwie so irgendwann mal losgefahren und wir fünf Minuten später auch losgefahren, in Wuppertal angekommen und dann, äh, haben die schon auf Twitter geschrieben, oh, Wuppertal ist Ende. Was, wie Wuppertal ist Ende? Wir sind jetzt gerade so wieder, äh, jetzt sind wir, da waren wir wieder auf 80 Minuten ungefähr angewachsen, jetzt gerade so, dass das klappen kann, aber aus irgendeinem Grund haben die dann dazu entschieden, weil die ja beiden Züge das gleiche Destination haben, gleiche Ziel und, äh, fast den gleichen, ja, gleichen Zeitpunkt ankommen würden, mussten dann quasi, der alte, vorher, ähm, losgefahrene Zug mit Christine und sowas, die mussten dann umsteigen in unseren Zug, wie wir eine Stunde später losgefahren sind in Wuppertal. Zwischen, vorher bin ich dann auch mal in den Zug gegangen und hab da, äh, LeFloid getroffen und auch unser Gigaflo und auch der auch bei uns schon war. Ja. Äh, und, äh, Max war auch dabei, Frodo und ein paar andere, was war sehr sympathisch, hab ich ja alle getroffen und das war wohl das Absurdeste an der ganzen Zugfahrt, sie haben dort zu Fiat enthusiastischst im Multiplayer Playstation All-Stars gespielt. Das ist wirklich, dass, dass das überhaupt noch jemand spielt. Ja. Und der Flo war auch ehrlich, also, LeFloid war auch so ein bisschen angegriffen, als ich das hinterfragt habe. Ach so. Ja. Warum ist das Spiel dann schlecht? Nee, ist okay. Entschuldigung. Es ist ja nicht schlecht, es ist halt nur nicht so gut. War auch nicht so gut, ne? Das war so das Absurdeste, dass du in diesen, dass du in diesen Wagen kommst, wo halt ob sich so ältere Leute rühten, wo hinten sind, die so, waa, 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 voll am Auslassen am Playstation All-Stars abspielen. Aber ich hab jetzt wieder zurückgegangen und dann ging es auch weiter. Ähm, Ende der Geschichte war dann, dass wir um 15.30 Uhr angekommen sind. Ja. Also mit 80 Minuten Verspätung. 16 Uhr, wie gesagt, ging das Ding los. Und man sollte eigentlich schon deutlich vorher da sein. Eigentlich sollte man schon deutlich früh da sein, genau. Und dann sind wir halt wirklich mit Gepäck und dann mit Malta und Dominik von Giger zusammen äh, 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 eben zu den Taxiständen gelaufen, äh, ganz so schnell wie es ging. Und dann da hier, wir müssen da und da hin. War auch dann direkt in den Hauptbahnhof, deswegen waren wir dann auch schnell da. Und dann hatten Tom und ich aber noch so einige Probleme mit dann auch reinzukommen, weil wir auf einer Liste nicht standen. Und dann mussten wir noch, äh, Microsoft Personal dazu holen. Aber es war ein Englisch-Sprecher, der war nicht da und, boah, das war dann ein ziemlich langes Hin und Her. Äh, und irgendwann haben wir dann aber das Bändchen bekommen und dann sagt er, ihr müsst euch jetzt aber beeilen. Ja, ihr müsst euch jetzt aber beeilen, geht jetzt nach oben. Und dann sagt er, der schon so beim Nach-Oben-Laufen zu, der Konferenz, ja, ihr werdet wahrscheinlich nicht mal reinkommen. Ich so, ah, mh, innerlich schon halb Ost-Grass. Wir sind bis dahin gekommen, vor 60 Uhr. Und dann wollten wir halt original gerade die Türen schließen. Und wir sind oben angekommen und wir konnten uns dann noch gerade reinquetschen. Und hinter uns wurden die Türen geschlossen. Und in der Sekunde, wo wir saßen, kamen dann, welcome to the Xbox-Briefings. Das war wirklich krass. Und man muss sich das halt vorstellen, dass wir halt aus Berlin losgefahren sind und diese 500 Kilometer mit den Eindrucken dran exakt in der Sekunde geschafft haben, abzuschließen, in der es losging. Also da war ich sehr, sehr glücklich. Das war dann ein, äh, ja, ein guter, ein gutes Ende, dieser Odyssee. Genau, ich wollte gerade sagen, es hat irgendwie geendet mit perfektem Timing. Ja, wirklich. Wie auch immer das klappen konnte. Ja. Äh, und da waren wir dann sehr glücklich, dass es, äh, dass die Türen da geschlossen wurden und wir ganz schnell zu unseren Sitzen geleitet, gelotst wurden. Ja. Und, äh, dann konnte die Konferenz auch losgehen und damit können wir jetzt auch anfangen, über die Spiele tatsächlich zu reden. Aber diese Odyssee gehört einfach dazu. Auf jeden Fall. Das ist, das war, also, ich war schon, jetzt wirklich, ich bin noch nicht in Köln angekommen und ich war schon fertiger als nach drei Tagen im letzten Jahr bei der Köln. Es ist halt ganz witzig, in den letzten Jahren sind wir immer bei, äh, Giga mit dem Flugzeug geflogen. Und ich glaube, wir beide sind jetzt nicht so die größten Fans vom, vom Fliegen. Also ich hab, Fliegen ist nicht das Problem, sondern halt das Drumherum. Nee, genau, also mir geht's auch nicht, ich hab jetzt auch keine Angst vorm Fliegen oder sowas, aber ich find einfach Zugfahren entspannter. Genau. So, und, äh, ausgerechnet in dem Jahr, wo man's mal selbst organisiert und sich einen Zug bucht und wir extra noch gesagt haben, ja komm, wir nehmen den einen früher, damit's besser passt. So, dann können wir dich noch einen früher genommen, weil das wäre, also, wir waren hier schon fertig mit den Nerven. Ich hab dir echt mal vor, du wärst in dem Zug, wo die Jägerleute drin gewesen wären, die halt einfach zwei Stunden später waren und dann auch aus ihrem Zug aufsteigen mussten, ey. Allerdings war Robin zu beobachten sehr lustig, äh, während der Zug war, vor allem, weil vor uns, zwei rein vor uns noch, äh, so zwei Kids saßen, die mit zwei Priestern zusammen, die sie vorher nicht kannten. Kein Kontext. Kein Kontext. Die haben sich, also, gut, der Kontext ist, äh, dass der Vater hat die... Ich find aber die Geschichte gut, besser, wenn sie einfach nachsteht, als zwei Priester und zwei Kinder saßen vor uns. Es ist halt wirklich so. Es ist halt wirklich so. Ganz am Anfang der Zugfahrt hat ein Vater zwei sehr gestresste Kids, äh, in den Zug gebracht und, äh, die sollten halt von da aus alleine zu ihrem Opa fahren in Köln und, äh, die sind dahin wegen, irgendwie, den ganzen YouTubern, Video Day, Dena ist auch da, hat der eine gesagt und so. Ja, ja. Ähm, ich hab kurz überlegt, ob ich denn sage, ey, wenn du mal kurz nach vorne gehst, da sind's der LeFloid. Jedenfalls kamen dann da irgendwann, äh, eine Station später zwei Priester dazu, die sich genau da hingesetzt haben. Das ist halt nicht so falsch. Die haben irgendwann angefangen, sich mit den Kids zu unterhalten und es ist dann da wahrscheinlich irgendwas entstanden, auf das wir jetzt nicht näher eingehen wollen. Jedenfalls haben die zusammen irgendein Trivia-Spiel gespielt und dieses Trivia-Spiel hatte halt so Karten, äh, so Fragen wie, äh, in welchem Land fließen Milch und Honig? Ja. Und dieses Fragenniveau... Es war halt so Fangfragen. Es waren halt... Ja, genau. Was ist der Unterschied zwischen einer Mücke und einem Elefanten? Die Mücke kann keinen Elefanten haben. So. Und es ging halt zwei Stunden so, ne? Ja. Was ist der größte Baum? Der Stammbaum. Und der Pastor hat sich immer so gefreut über diese dummen Dreckswitze. So, ah, das ist clever. Der hat sich so richtig einen weggescheckert. Ja, das war so richtig lustig. Das war halt einer, der gut mit Kindern konnte. Das klingt falsch, aber ich hab wahnsinnig Respekt vor. Der hat echt 5,5 Stunden mit denen bei... Also es war so ein Teenager, 13, 14 Jahre alt und halt ein 8-Jähriger oder so. Und der hat hier wirklich 5,5 Stunden sich so mit unterhalten. Viel bei... Ich hab was gelernt noch. Wuppertal ist eine lange Stadt, äh, 18 Kilometer lang. Genau, das hör ich auch mega lustig gar nicht. Ja. Ne, äh, der hat, ähm... Der hat dich auch sehr beruhigt. Also am Anfang waren die halt total aufgekratzt. Und das ging dann. Genau. Äh, da hat der Priester die Kinder gut, äh... Ne? So, und, äh, aber dieses... Aber du musst dir die Situation halt vorstellen, diese... Diese... Dieser freundliche... Für mich passiv-aggressiv war der nicht, aber ich hab das so interpretiert, die Situation. Äh, Zugführer, diese Durchsagen. Dann hast du da vor uns diesen sehr laut sprechenden Pastor, der seine... Der sich über den Stammbaum und sich dauer wegschickt hat. Und in der Sekunde, wo wir die Fragen gestellt haben, sind wir sofort die Antworten in den Kopf gekommen. Weil ich nun mal schlechte Wortwürde ganz gut kann. Und dann haben sie dann immer rumgerätselt und sich dann gefreut, wenn es richtig war. Und das... Das hat mich dann noch mehr aufgeregt. Und dann wurde es immer schlimmer. Und es war so... Und da hat eine hinter mir Französisch angefangen zu sprechen. Also das war... Es war so eine ganz schlimme Hölle. Ich hab mich dann einfach noch gefreut, wie sich Rob... Ich war wirklich gestresst. Also ich war wirklich fertig mit der Welt. Als dann diese Durchsage kam, ja leider sind keine Leute hier. Für... Wir müssen noch ein bisschen warten. Hatte ich einfach nur wirklich nur meine Hände im Gesicht... Nein, umgekehrt. Mein Gesicht in den Händen vergraben für eine Minute. So, dann zurück in die Pressehalle von Microsoft. Einmal Full Disclosure. Auf jedem der Studien lag einmal Rare Replay. Also das war so... Microsoft macht das ja gern. Sachen verschenken an die Presse. Ja. Wir haben das schon bekommen. Wir haben es schon. Für Review Purposes haben wir nochmal eine Version mitgenommen. Ich habe hinter uns gesehen. Hinter uns gab es einen, der, glaube ich, drei oder vier eingepackt hat. Ja, ja. Da waren Volley Scavenger unterwegs. Die dann einfach zum Schluss, weil nicht alle Sätze belegt waren, da ganz viele mitgenommen haben. Ja. Auch das gibt es. Und die landen garantiert nicht in irgendeinem Gewinnspiel, sondern auf Ebay. Weil es sind doch keine... Nee, ich gucke es nicht. Aber ich bin mir sicher, dass es keine Promocopies sind. Es sind keine Promocopies. Es sind halt ganz normale Vollversionen tatsächlich. Genau. Okay, so. Jetzt fangen wir mal mit den Spielen an. Microsoft hat ja direkt mit einem Knall begonnen, nämlich mit Quantum Break. Das war wirklich, weil es sehr laut war. Das auch, ja. Es war sehr laut in dieser Halle. Davon wir im Stream hoffentlich nicht so viel mitbekommen haben. Aber Quantum Break war... Also ich war ohnehin gespannt drauf, wie es jetzt nochmal aussieht. Weil das letzte Mal haben wir es, glaube ich, vor einem Jahr halt gesehen. Und da sah es schon gut aus. Aber da haben sie noch nicht so unfassbar viel gezeigt. Vor allem nicht von der TV-Serie. Also man hatte einfach noch nicht so wirklich eine Vorstellung davon, wie das überhaupt aussieht. Und diese Fragen haben sie jetzt so ein bisschen beantwortet. Und ich finde, das Gameplay, obwohl es ganz normaler Third-Person-Shooter ist, sieht trotzdem nach was aus, was ich sehr gerne spielen will. Allein, weil diese Fähigkeiten nicht nur so interessant sind, sondern auch audiovisuell so unfassbar druckvoll inszeniert sind. Also das ist wirklich ein Spiel, wo ich mir jetzt sagen will, okay, das würde ich sehr gerne spielen. Was ich nicht ganz verstanden habe, weil der Ton halt auch so überdreht war in der Halle, man hat da ja den Serien-Protagonisten gespielt. Ja. Und soweit ich das verstanden habe, ist doch die Serie aus dem Blickpunkt des Bösewichtes. Nee, ja, genau. Und du hast den Spiel-Protagonisten gespielt und der Baelish, also der Schauspieler von Lord Baelish. Aber der sah ganz anders aus, der Spiele-Protagonist, wenn man da gespielt hat. Der sah komplett anders aus als in den vorherigen Gameplay-Sektionen. Also das ist ein anderer. Das ist ein anderer. Also wir haben die Hauptfigur quasi verändert. Ist das so? Oder ich dachte, das wäre ein anderer Charakter? Nee, ich dachte, das wäre jetzt ein anderer. Also meine Frage ist gerade, ist das der gleiche Charakter, der jetzt einfach anders aussieht? Oder gibt es mehrere spielbare Figuren? Also meiner Meinung nach ist es das Erste. Wirklich? Aber so kurz vor Release einfach den komplett verändern? Weiß ich nicht. Soll ich das mal kurz googeln? Das kannst du gerne mal kurz googeln. Ja, wie gesagt, eines der Enthüllungen, war halt, dass man in der TV-Serie die Perspektive von Peter Baelish sieht. Also ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt. Da kann ich auch ein Folgen. Voll geil, dass wir das so alles nachgucken können. Ich sag immer den Game-of-Thrones-Charakter, den er spielt. Der redet ja auch auf so eine sehr bestimmte Art und Weise. Aidan Gillen. Oder Gillen? Was war er? Aidan Gillen, ja. Hat übrigens, siehst du nicht so Tom, aber hat das als erstes Bild bei Google. Oh. Okay. Ja, das passt aber zu Ihnen. Ich hab mit mir auch mal dessen Filmliste durchgesehen. Er hat ja mal dieses Cameo gehabt in, also Cameo, der hatte diese kleine Mini-Nebenrolle in Dark Knight Rises. Aber sonst spielt er kaum in großen Sachen mit. Der spielt eher so in Indie-Filmen und kleineren, experimentellen Sachen. Ja, bei so einem NASA-Film. Kennst du das? So ein 5-5-Nasa-Ding, was super cool war. Das ist ganz interessant, was der da für eine Auswahl trifft. Und jetzt halt in Quantum Break, finde ich ehrlich gesagt sehr cool, dass wir den da sehen. Dominic Monaghan aus Lost vor allen Dingen und ist auch der Ringe bekannt. Als einer der beiden Hobbits. Der macht gerade Geräusche. Das kann auch sein, dass das Tippen etwas laut ist. Falls ja, Verzeihung dafür. Und wie gesagt, Gameplay erinnert mich halt einfach an das, was sie mit Max Payne gemacht haben und in gewisser Hinsicht auch mit Alan Wake, aber mich erinnert es dann doch mehr an Max Payne, weil sie sich quasi diese Bullet-Time nehmen. Also Bullet-Time ist ja auch halt nur eine Fähigkeit gewesen, aber die halt mit der Zeit spielt. Und das nehmen sie sich jetzt und haben sich überlegt, okay, wie können wir damit noch viel mehr machen und wie können wir mit der Zeit spielen. Und das ist halt audiovisuell total cool umgesetzt, dass du sehr punktuell scheinbar die Zeit anhalten kannst, kannst eine Gruppe von Gegnern um die herum gehen, während die gerade in der Zeit gefroren sind, kannst den einen dann punchen und dann die anderen von der Seite flankieren, weil du ja plötzlich ganz anders stehst für die. Das finde ich total spannend und auch was, wie sie die Story erzählen, wo er da durch diese Lagerhalle durchgelaufen ist und sich das so total verändert hat und geflickert hat und plötzlich hast du die Vergangenheit gesehen. Ich bin halt mal gespannt, wie das, also wie lang dieses Spiel wird, weil ich kann mir vorstellen, dass das so ein kurzer 5-6 Stunden Action-Romp wird. Bestimmt, ja. Ich meine, es hat ja nicht nur diese Shooter-Sektion, sondern auch die Uncharted-Sektion. Was ich halt schade finde, dass sie es nicht in einer Demo mal zeigen, es war immer nur separat, weil das war das, was mich am meisten gehypt hat bisher bei Quantum Break, weil letztes Jahr auf der Gamescom, wo Sam Lake uns dieses Jahr mittlerweile auch veröffentlicht worden, irgendwie 2-3 Monate später, letztes Jahr, wo die über diese Brücke jumpen, wo halt die ganze Zeit vor uns zurück geht und das war unglaublich cool und das halt eben kombiniert mit diesen, bin ich mir sehr sicher, sehr, sehr guten Shooter-Mechaniken, weil das kann Remedy nun mal ein Macher einfach und natürlich eine großartige Geschichte, was die nun mal am besten können, ist sehr, sehr vielversprechend. Genau. Es ist übrigens, ich habe jetzt mal gegoogelt, es ist Jack Joyce, das ist der Hauptcharakter, der jetzt so aussieht. Also die haben tatsächlich... Okay, die haben den gewechselt. Einfach mal... Das ist total komisch. Vorher war das doch auch kein bekannter Schauspieler. Das sah aus wie eine Mischung aus Phil Spencer und irgendwie... Wirklich, der sah voll aus wie Phil Spencer. Hm. Ja. Das finde ich aber trotzdem komisch, weil das so spät in der Entwicklung ist. Aber war das nicht bei einem der Max-Payne-Spieler auch so, dass die so relativ spät erst das Gesicht-Final hatten? Ich bin jetzt aber auch nicht mehr so richtig sicher. Das weiß ich nicht. Ich weiß ja, dass es das berühmte Gesicht ist, aber... Genau. Was gibt's denn... Was war denn das nächste Spiel? Ich glaube, Quantum Break können wir mal... Von Quantum Break waren wir recht beeindruckt. Ich glaube jetzt nicht, dass es eine Revolution wird im Shooter-Genre, aber einfach halt ein guter Third-Person-Shooter. Ich glaube, wir müssen einmal kurz den Lidtop am Strom reinstecken. Soll man den Lidtop am Strom reinstecken? Ja, mach einfach. Mach einfach. Und es geht direkt weiter mit Crackdown 3, das sie jetzt auch zum ersten Mal mit Gameplay vorgestellt haben. Und mit der 3. Und mit der 3, stimmt. Vorher war es nur Crackdown. Und einen CG-Trailer war es vorher immer, der jetzt nicht so wahnsinnig... Der nicht war. Also ich fand den nie so toll. Und jetzt haben sie halt ein bisschen gezeigt, wie das Spiel tatsächlich aussieht. Und es hat diesen leichten Cell-Shading-Stil wieder sehr, 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 sehr bunt. Und ihr großes Feature ist eine zu 100% zerstörbare Welt, in der man wohl wirklich alles, was man sieht, kaputt schießen kann. Und diese Vorstellung endet ja auch mit so einem White-Shot von der Stadt, wie überall, irgendwie gerade was einkracht und explodiert. Scheint ein Multiplayer-Spiel zu sein. Das stimmt auch ausdrücklich, ja, Multiplayer-Starts in 2016. Ja. Ist ja auch alles mit der Cloud und die Destruction ist nur was. Stimmt, das habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Wir haben ja diesmal gesagt, dank der Cloud-Computing-Power... Ja, aber das war ja schon... Also die Entwickler heißen ja irgendwie Cloud irgendwas, Cloud Engine oder sowas. Und die Sache ist ja, bei der Ursprungsankündigung der Xbox One haben sie einfach immer statt Dedicated Servers Cloud gesagt. Deswegen wurde das halt so ein bisschen entwertet und jetzt benutzen sie es nur noch, wenn sie es auch meinen. Das ist halt bei Crackdown der Fall, dass sie tatsächlich da einen Großteil der Arbeit für das System an die Cloud abgeben und so halt diese komplette Zerstörung zeigen können. Leider Gottes war der Trailer nicht besonders, ja, zeigefreudig dafür, dass das Spiel halt nächstes Jahr dann rauskommen soll. Ich meine, es gibt auch Sinn. Man muss eine Werbekampagne jetzt nicht unbedingt ein Jahr vorher starten, haben sie es aber einfach gemacht. Deswegen, wenn sie es schon zeigen, hätten sie es noch ein bisschen mehr zeigen können. So gab es halt im Grunde zwei Shots, die dann wirklich ein bisschen aussagekräftiger waren. Und diese sahen, finde ich, auch super geil aus, weil einfach dieses Gebäude stößt in das andere Gebäude und das alles bricht dann wirklich so ein, wie ich mir das vorstellen würde und verschwindet nicht einfach. Das war schon echt beeindruckend. Ich habe auch noch so ein GIF gesehen, wo jemand so eine Mauer wirklich ganz einzeln auseinandergenommen hat, dass es also nicht nur im großen Maßstab funktioniert, sondern auch in so einem kleinen Maßstab. Und dass es keine vorgefertigte Zerstörung ist, also dass du selbst Muster tatsächlich reinschießen könntest in irgendwelche Dinge. Es ist so jetzt endlich mal eine Weiterentwicklung von Rackfaction Gurria, die mal längst überfällig war eigentlich. Hat schon lange keiner mehr gemacht in der Form. Genau, in der Form wirklich nicht. Ansonsten kann man da jetzt, also ich glaube, man kann schon sehr gut abschätzen, was das wird und das ist Crackdown 1 mit diesem Feature. Ja. Weil das sah optisch genauso aus, das sah von dem Hut sogar fast genauso aus, die Story wirkte genauso, nämlich dass sie nicht existiert. Es gab ja im ersten Körper dann so diesen ganzen großen Zwist, die Agencies eigentlich auch böse. Ich habe den ersten gar nicht gespielt, ich habe den zweiten gespielt. Oh Gott, den schlechten auch noch. Ist das so? Ja. Weil es hieß doch immer nur, der zweite ist so wirklich nur doof für die, die den ersten schon gespielt haben, weil es im Endeffekt das gleiche Nummer 1 ist. Nee, der ist schlechter. Ja? Ja, der ist deutlich schlechter. Okay. Der hat schlechtere Mission-Design, der hat schlechteren Gegner, das hat ja diese Zombies als Gegner, schlechtere Level-Design, schlechtere Orb-Design, das ist wirklich ein schlechteres Spiel. Okay. Ich habe das nur kurz, also ich habe das nicht ausführlich selbst getestet, aber ich habe den ersten aber als sehr ausführlich gespielt und dann habe ich im zweiten recht schnell gemerkt, so, oh, das ist glaube ich nicht so meins. Dann habe ich den ersten Verkauf dann irgendwann, was mich jetzt sehr ärgert, weil jetzt da Rückwärtskompatibilität kommt und so, muss ich mir dann nochmal besorgen. Also was stilistisch ist, das ist ehrlich gesagt so gar nicht meins, was Crackdown da macht. Das finde ich nicht so spannend, aber diese Zerstörungsnummer ist durchaus interessant. Allerdings will ich da einfach mal mehr sehen. Ja, ja. Also da würde ich mal abwarten, bis sie wirklich mal zeigen, wie jemand da sitzt und dieses Spiel spielt. Ja, der erste Teil. Also ich bin wirklich ein großer Fan vom ersten Teil. Da hat ziemlich alles dran Spaß gemacht für mich und die Orb-Jagd alleine wird schon wieder für tausende Stunden Frust sorgen und Spielschwass vielleicht auch ein bisschen. Genau. Danach wurde es so richtig spannend, dann kam nämlich das, worauf wir beide uns schon gefreut haben und wo Robin, glaube ich, ein bisschen geweint hätte, wenn er das nicht hätte sehen dürfen. Bei jeder Aussage vom Zugführer, einmal so, oh, Scaler. Genau, darum geht es nämlich. Digi Kamiya kam auf die Bühne und hat sein neues Spiel vorgestellt, bei dem er sagt, es ist das größte Spiel, was Platinum Games bisher gemacht hat. Und so von den Key Features, die er anspricht und von dem, was man so sieht, wirkt es auch so. Ja, das ist vor allen Dingen. Ja. Das wollte ich nicht unterbrechen. Nein, nein, ich wollte nur noch sagen, man kauft es ihm ab. Dieses, es ist das größte Spiel, was wir bisher gemacht haben. Weil bisher hat Kamiya und haben Platinum Games eben sehr lineare, abgeschossene, aber jetzt Platinum Games ist ja Okami gar nicht mehr gewesen, sehr lineare Spiele gemacht, die nie so wahnsinnig lang waren, außer Wonderful 101, das einfach nicht enden wollte. Und da scheint Scalebound so ein bisschen rauszubrechen, zumindest klingt es so, weil sie halt so eine halb offene Welt machen wollen oder ganz offene Welt, wie offen die sein sollen, wissen wir nicht ganz. Und halt diese, ja schon fast Fantasy-RPG-Elemente mit reinbringen. Zusätzlich dazu, dass es aber eben ein Hack-and-Slash-System hat, wie die Platinum-Spiele es nun mal haben. Und, dass dein Hauptcharakter, der Kopfhörer trägt die ganze Zeit und allgemein einfach nur Dante ist, dass der einen Drachen an die Seite gestellt bekommt. Du hattest, welches Spiel hattest du gesagt als Vergleich? Dragons Dogma hattest du gesagt. Das ist für mich, ich finde es total krass. Und mich hat es an Dragengard erinnert. Was ich auch sehr sehen kann. Oder an das, was Dragengard sein möchte, aber nie so richtig sein konnte. Nämlich, dass du Seite an Seite mit einem Drachen kämpfst. Und das wirkt ja hier wirklich ziemlich cool. Allerdings technisch noch sehr unausgereift. Okay. Genau, das ist das große Problem. Es wirkte halt neben Dragons Dogma sehr, sehr so wie Final Fantasy XV auf mich. Über die Zahlen, die rausplocken, über die Animationen, das langsame Combat, bis hin zur Framerate. Weil die war auch nicht gut. Das war wirklich eines der größten Probleme sogar an der Demo. Was halt nicht überraschend ist, weil die Framerate tatsächlich in der Entwicklung eine späte, wie sagt man... Ja, es wird halt optimiert, wird immer zum Schluss. Ja, es wird immer zum Schluss optimiert. Zum Schluss wird die Auflösung hochgeschraubt. Zum Schluss wird die Framerate gefixt. Und das Spiel ist halt noch ein Jahr vom Release weg, dass überhaupt schon Gameplay so gezeigt wird. Ist da schon unüblich, würde ich sagen. Obwohl Quentin Breaks schon seit zwei Jahren, glaube ich, Gameplay zeigt. Ich glaube, unüblich ist es nicht. Aber was vielleicht unüblich ist, ist, dass Kamiya da stand und es scheinbar gespielt hat. Ja, da habe ich aber auch schon wieder anderes gelesen. Also wir haben gesehen, dass er einen Controller in der Hand hatte. Ja. Aber ich weiß ja nicht, ob er es wirklich gespielt hat. Das ist die Frage. Aber ich würde fast davon ausgehen. Weil in einer Videobearbeitung hätte man diese Framerate-Einbrüche bestimmt irgendwie kaschieren können. Es wäre komisch gewesen, wenn es dann doch irgendwie bereits vorher mal gespielt und aufgenommen worden wäre. Und dann trotzdem die Framerate. Andererseits freue ich mich darüber ein bisschen, weil man nicht gebullshitet wird. Also es würde uns nicht hier was verkauft, was dann am Ende eventuell gar nicht so da ist. Sondern da glaube ich wirklich, okay, in dem Entwicklungsstand ist dieses Spiel eben gerade. Und hoffentlich kommt es noch darüber hinaus. Das bleibt dann abzuwarten. Ich wollte gerade noch mal erwähnen, das hatte ich Tom gerade erzählt, der hat ja gar nichts von mitbekommen. Dass halt Anfang der Woche, oder nicht Anfang dieser Woche, aber letzte Woche oder vorletzte Woche, da hat der Kamiya auf Twitter, das ist ein sehr unterhaltsamer Twitter-Account, wo er auch seine Fans beleidigt und so. Oder Leute beleidigt, die ihm auf den Sack gehen, ganz einfach. Da hat er einen Post geschrieben, der auch übersetzt hieß, Those shits at Microsoft, are they fucking with me? Das dann sechsmal wieder gelöscht wurde. Stattdessen stand dann dort, If I were to go to Gamescom, I want to go for users, not as a prop of Xbox-Briefing. Und dann kam noch eine Diskussion, wo jemand gefragt hat, You think Microsoft handles game-bound marketing better than Nintendo with Wonderful 101? Und dann sagte Kamiya, I don't know, I don't like their marketing. Und als Beispiel sagte er, See the main art of scale-bound at their sight. It's awful, in all caps. Und dann als Antwort hat er bekommen, It's pretty generic, but it's also picked out by a bunch of people who think it looks like what they like. Und daraufhin war seine Antwort, whatever, it's junk. Okay. Also da hat er schon sehr offen gesagt, dass irgendwas ihm da nicht so ganz geballen hat. Ja. Jetzt habe ich, glaube ich, es wirklich gemacht. Nee, habe ich nicht. Dass ihm irgendwas nicht gefallen hat, an der Art und Weise, wie er irgendwie im Xbox-Briefing auftauchen sollte oder so. Aber davon hat man jetzt nichts gemerkt irgendwie. Das war alles ganz normal. Er hat dann auch mit seinen Fans Fotos gemacht danach. Er war also auch für seine Fans da. Und das ist halt... Ey, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich auf das Spiel reagieren soll, weil es ist halt so unerwartet und so anders. Ich weiß, es ist halt das Traumspiel von Kamiya. Es hat er schon gesagt, es ist das Spiel, was Kamiya seit 10 Jahren versucht zu machen. Ja. Und wo er nie die Möglichkeiten bekommen hat, weil es eben zu groß ist und so neu und so ungewöhnlich. Und da haben sie halt mit einem vor zwei Jahren wahrscheinlich völlig desperate, so völlig verzweifelten Microsoft, hat er den perfekten Partner bekommen, weil er ihm einfach Geld hinterher geschmissen haben würde und gesagt hat, ja, mach uns irgendwas Exklusives. Ja. Und das scheint... Also es sieht unglaublich gut aus. Es sieht wirklich verdammt gut aus. Die Partikel-Effekte sind der Hammer. Die Animationen von dem Drachen sind wirklich wirklich gut. Auch so wahnsinnig viele unterschiedliche Dinge. Wie die Monster miteinander... Also wie dieser Drache mit dem riesigen Monster-Campflatter gab es scheinbar keinen Angriff zweimal. Die Frage ist halt, wie dann das Kampfsystem da reinkommt. Das sah für mich schon ziemlich gut aus. Es war sehr langsam. Aber von den Moves her habe ich mich ja schon an sowas wie Devil May Cry oder Bayonetta erinnert gefühlt. Auch wenn es eben deutlich langsamer war. Also für mich wäre es tatsächlich so eine kleine Art Traumspiel, wenn es denn so... Was würde, wie ich mir gerade vorstellen, nämlich dass es Open World ist, ohne Filler oder sowas. Nicht Dragon Age Open World, sondern... Ja. Weiß ich nicht. Irgendwas Kleineres, so Open World-mäßigeres. Witcher ist nämlich... Ja, Witcher ist auch viel zu groß und Filler, also... Nee, aber dann halt Witcher 1 oder 2. Ja, genau. Kompakter. So eher nach dem... Aber Open World ist das dann auch nicht. Wie gesagt, der gleiche ist schwierig zu finden, aber ich will halt nicht sowas... Ich will halt in Scalebound nicht 10 Monster-Fälle suchen müssen. Es sei denn, das Kampfsystem wird wirklich eigenständig spielbar sein. Weißt du, für mich ist so die Frage, kann ich das Kampfsystem aus diesem Open World-Kostüm rausnehmen, in ein eigenes Third-Person-Action-Character-Action-Spiel à la Bayonetta reinpacken und würde es da immer noch funktionieren? Und wenn die Antwort ja ist, dann kann ich auch gerne Filler-Quests damit machen, weil da einfach das Kämpfen Spaß macht. Die Frage ist ebenfalls, was für den Fokus hat die Geschichte bei so einem Rollenspiel? Das ist jetzt nicht unbedingt Kamias Stärke. Das würde jeder wissen, der jemals ein Kamias-Spiel gespielt hat. Ein voran Bayonetta. Das ist einfach... Ja, da passiert ein Ding. Und dann hat er ja nur eine Sache gemacht bei Burnetta 2 und das ist die Geschichte geschrieben. Da hat er gesagt, das mache ich, das ist meine Aufgabe. Und alle anderen so, aber Kamiya, ich dachte, du wirst ja nicht mehr. Doch, und man merkt es. Ich habe immer noch keine Ahnung, was in 1 oder 2 passiert. Das ist so konfus. Und das ist halt ein bisschen fraglich, wie das dann wird. Ich bin da aber trotzdem super interessiert an der Art und Weise, wie sich Scalebound dann tatsächlich spielen wird. Vor allem auch in dieser Kooperation mit dem Drachen. Weil ich mich frage, ob das irgendwie darüber hinausgeht, dass du einfach eine Taste drückst und er greift dann das an, was du anvisiert hast. Ja, man kann eben bestellen. Also man muss den reichen können. Das hat man im CGI-Trader auch schon gesehen. Irgendwie muss es da mehr geben. Und der Charakter kann sich auch verwandeln in sowas Drachen-Ähnliches. Wir haben ja sehr schnell dann festgestellt, als wir uns den CGI-Trailer von letztem Jahr nochmal angeschaut haben, dass das wirklich 1 zu 1 die Punkte abklappert, die der CGI-Trailer gemacht hat, jetzt im Gameplay. Und zeigt, okay, das, was wir euch damals versprochen haben mit diesem vorgerenderten Konzept-Ding, das gibt es alles im Spiel. Und das habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Das ist wirklich so, jetzt könntest du so übereinanderlegen schon fast. Und es wird alles so abgehakt. Ja, gibt es im Spiel. Ja, gibt es im Spiel. Diese komische Attacke, wo er sich nach oben schmeißt, verwandelt. Und dann mit seinem Schwert in den Gegner reinramt, gibt es im Spiel. Okay, und sieht auch alles so aus, als wäre es kontrollierbar. Ja. Deswegen, das ist schon beeindruckend. Wenn jetzt die Frame-Rate flüssig gewesen wäre durchweg, dann hätte ich da, glaube ich, kaum noch Zweifel, dass das auf jeden Fall ein sehr beeindruckendes Spiel wird. Ob es jetzt auch spielerisch durchweg so klasse ist, weiß ich nicht. Weil bei IGN gibt es ja diese 8-Minuten-Version von diesem Gameplay. Und da sieht man ihn halt auch von diesem einen Punkt zum anderen Punkt latschen. Und das ist halt einfach nur rumgehen und ab und zu mal ein kleines Monster plätten. Und wenn es davon zu viel gibt in diesem Spiel, dann habe ich so meine Zweifel, ob das vom Pacing her alles so gut klappt. Andererseits würde ich mich da halt fragen, warum kann ich nicht für sowas auf den scheiß Drachen steigen? Ja, das ist eine ganz große Frage. Vielleicht weil du ihn nicht retten kannst. Du wirst hier direkt runtergeworfen. Ja, er ist so ein bisschen, er hat ja einen Charakter. Also der Drache ist ja nicht nur ein Spielelement, er soll ja auch wahrscheinlich in der Story eine große Rolle spielen. Was ich noch cool fand, war die Nummer mit den Kopfhörern. Das wirkt zwar mega-techy und halt so pseudo-cool. Ja, das ist das, was Kamiya macht halt. Ja, aber auf eine Art und Weise, wo ich dann sage, ja, okay. Also weil das finde ich schon geil, wenn er sich selbst seine Kopfhörer vor einem Kampf aufmacht, die Musik anfängt. Und das ist dann halt die Kampfmusik. Ja. Das finde ich cool. Ja, ich mag auch diese bewusste Scheißigkeit da drin auch. Ja. Wie halt der Typ auch reagiert. Das ist für mich, also für mich war es total Dante. Bewusste Scheißigkeit. Dante aus Devil May Cry 1 und 3. Hat mich total krass daran erinnert. Und einfach dieses, ja, weiß ich nicht. Das ist also, das kann ganz, ganz leicht in die Hose gehen und geht, glaube ich, für einige Leute auch in die Hose. Das ist ein Multiplayer. Das sie mögen. Das ist schon eine ganz kleine Zeit, die wir noch gar nicht erwähnt haben. Das übrigens auch, auch das ist ein Teil, tatsächlich war schon in der CGI-Demo quasi angekündigt worden. Weil in der CGI-Demo siehst du am Ende auch drei Leute mit ihren Drachen oder mehr, weißt du gar nicht, auf den Gegner zufliegen. Und auch diese Gameplay-Demo endet damit, dass unser Held halt zwei Mitspieler aus dem Eta hervorbeschuldet sind. Und diese Drachen sind auch irgendwie customisiert, sehen anders aus. Kann ich etwa neue Lackierungen und Reifen an meine Drachen packen? Ich bin ganz aufgeregt. Das ist sehr, sehr, also Potenzial ist da bis nach oben da. Die große Frage ist, wie es ausgenutzt wird. Allerdings hat Quamia schon mal wirklich enttäuscht? Nicht wirklich. Weiß ich gar nicht. Nee, also das war eine rhetorische Frage. Und ich meine, Beautiful Joan, sowas war ja nicht gespielt, aber... Also Wonderful war die größte Enttäuschung, wenn man es so sehen will. Und das ist total gefeiert worden. Wonderful 101 ist total gut. Also ich meine, die viele Sektionen von Wonderful. Ja, das ist ein Problem. Deswegen, das war man ja, warum ist das hier drin? Das macht doch Quamia normalerweise nicht. Also das ist so das Größte, Schlimmste, was er in seiner Game-Karriere, glaube ich, so gemacht hat. Ich finde, Wonderful 101 wirkte schon so ein bisschen so, als hätte Quamia und sein Team, als hätten die so viel Geld. Und am Ende war noch was übrig. Da hab ich gedacht, aber wir sind fertig. Komm, machen wir noch ein paar Level. Ja, keine Ahnung. Aber so viel zu Scalebound kommt erst 2016, wird also bis dahin sicherlich noch das ein oder andere Gameplay wieder erscheinen. Aber man hat selten irgendwie so einen... Also so früh schon eine so konkrete Ahnung von dem nächsten Jahr gehabt, von eines Konsolikern-Herstellers. Dass man jetzt schon diese drei wirklichen Highlights hat, das man in der Wurst auch noch... Oh, Entschuldigung, Spoiler. Man merkt halt, dass seit Phil Spencer übernommen hat, dass er da Microsoft wieder in diese Richtung Games, in diese Schiene ganz stark presst. Und das ging natürlich nicht von einem Tag auf den anderen. Deswegen, es gab ja vor zwei Jahren, glaube ich, diese Konferenz, wo es dann... Oder nee, war das letztes Jahr? Was war das denn? Wo es dann hieß, okay, wir machen jetzt nur Games. Und auf der E3. Das war letztes Jahr auf der E3. Und das war ja eine ganz gute Show, aber da waren jetzt nicht so die Mega-Kracher dabei von Ankündigungen und sowas. Und ich glaube, jetzt zahlt sich diese Umstellung dieser Strategie quasi aus. Weil wenn jetzt noch Don Matrix da wäre, dann wären wir wahrscheinlich immer noch bei TV... Das muss er halt auch immer noch mit ausbaden. Also dieser Tomb Raider-Deal ist ja ein Don Matrix-Deal, den er halt dann mittragen muss. Und wo er tatsächlich gestern, oder ich sage immer gestern, was ich mal gestern sage, Aber vor sehr kurzem kam ein Interview mit Phil Spencer, wo er meinte, wir werden diese Third-Party-Deals nicht mehr machen auf lange Sicht. Und das hat er auch heute nochmal erwähnt, dass sie halt jetzt wirklich mehr auf First-Party gehen wollen, wie das auch Sony macht. Normalerweise, außer dieses Jahr, weil es da nichts gibt wirklich außer Bloodborne von Sony. In First-Party. Und Ansel Dorn ist kein First-Party. Und das halt wirklich Microsoft mit eigenen Studios, jetzt mal was bauen will, das haben dann... Aber in unserem Blattborne noch auch kein First-Party. Das völlig recht. Ja. Was ist denn am First-Party von Sony? Außer Anstiegsmeer? Ja, generell. Ja, generell gerade. Na ja, NotiDoc, Santa Monica. Ich weiß nicht, es gibt einfach nicht... Wobei selbst, ist Santa Monica wirklich noch Sony? Ja. Ja, okay. Ja, keine Ahnung. Das ist auch eine ganz andere Diskussion. Ja, aber das war halt immer schon so eine Schwäche von Microsoft, dass die halt keinen wirklich extensiven, großen First-Party-Support haben, der... Und dass sie den, den sie hatten, so mit... Weil total... Rare... Die Geschichte ist ja auch bekannt. Ja, genau. Und es war halt sonst immer sehr, sehr, ja, Shooter-Ballern, Bam-Bam, das ist First-Party-Microsoft. Und das versuchen sie offensichtlich jetzt ein bisschen auszubauen, das finde ich ganz vielversprechend. Es ist immer noch sehr viel Shooter-Ballern-Bam ist. Genau, also ist es... Ich meine, Stand jetzt ist es immer noch sehr viel. Und ich habe das Gefühl, dass First-Party-Support in diesem, in dem letzten Jahr damit anfängt, das zu ändern. Und ich hoffe, dass dann in den nächsten ein, zwei Jahren wir wirklich mal das Journey, so äquivalent auf Xbox vielleicht sehen. Nach Scalebound haben sie im Endeffekt die drei Spiele abgehakt, bei denen sie bei der E3 gesagt haben, okay, die sind nicht auf der E3, die sind bei der Gamescom. Und danach wurde die Konferenz so ein bisschen komisch. Dann wurde nämlich sowas vorgestellt, wie, dass du einen, ja, quasi Videorekorder bald haben wirst in deiner Xbox One, dass die Fernsehserien aufnehmen kann, während du spielst. Dafür habe ich das Internet. So, das ist die eine Sache, die passiert ist. Die andere Sache ist, dass es ein Keypad geben wird für das Gamepad. Dafür habe ich ein Keypad, also ein Keyboard. Wo sie hervorgehoben haben, dass jemand mit einem Knopfdruck doch Screenshots erst machen kann und sharen kann und so. Das ist praktisch. Mann, das ist schon eine gute Idee, die wir da hatten. Aua. Telling to team in Microsoft. Genau, und Windows 10 wurde noch mehrmals erwähnt auf verschiedenste Arten und Weisen, ohne jetzt aber sowas zu machen, wie zum Beispiel zu sagen, dass Halo oder Gears of War 4 auch für den PC kommen, wobei ich das immer noch nicht so ganz ausschließen würde für die Zukunft. Also ich kann mir vorstellen, dass sie die Dinger immer noch raushauen, exklusiv für Xbox One und später dann vielleicht, weiß ich nicht. Ja, das war das Besondere, weil diese ganzen Nicht-Halos, im Grunde fast alles für Xbox und PC kommt. Und Indie-Spiele gab es noch ein paar, sie haben sowas gezeigt wie... Eine Menge sogar, ne? Hä? Eine Menge sogar, ich will ein paar. Ja, aber kein Einzelnes hatte jetzt so unfassbar viel Platz. Sie haben sowas gemacht wie den Trailer für Ark, das jetzt auch in diese Game-Preview-Programm, weil es ja Early Access jetzt auch auf dem Xbox gibt, im Endeffekt unter anderem Namen. Und da ist halt Ark dann mit drin. Was war noch mit drin? Happy Few. We Happy Few, genau. Wo der Trailer richtig, richtig toll war. Das ist ein Survival-Spiel. Wie Ark auch, ne? Wenn du den Ark-Trailer siehst, denkst du dir, boah, was, ich kann hier einfach reiten auf Dinos und dann greife ich Festungen an. Ich glaube, vor Baumhauen. Ja, da sind Robin und ich nicht die größten Fans. Das ist so absurd, ey. Guckt euch mal nachher wirklich den Trailer von We Happy Few und Ark an und macht euch dann klar, es ist das gleiche Genre. Es ist so völlig absurd und so eine Versch... Ach, Entschuldigung. Da stecken einfach so coole Spiele hinter dir einfach unter diesem Crafting-Filler-Blödsinn versteckt sind. Minecraft haben sie auch reingekriegt in ihre Konferenz, nicht? Dass sie das wieder geschafft haben, das muss man fast Respekt vorhaben. Aber da war ein sehr nervöser Mojang-Mitarbeiter auf der Bühne, der dann auch noch Kobalt vorgestellt hat. Oder Kobalt. Ein Multiplayer-2D-Shooter mit so einer Mega-Zeitlupe, die du... Ja, keine Ahnung, ob da nicht wirklich... Ich glaube, das soll jeder zu jeder Zeit anmachen können. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Witz und deswegen wird es schwer, den Gegner zu treffen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, das sei jetzt nur deduziert aus diesem einen Gameplay-Trailer, den wir da gesehen haben. Fand ich aber ganz niedlich, dass dem die Bühne gegeben wurde. Ja, ich fand es gut, die Einbändungen während des Trailers. So unnecessarily large simulated space. Ja, stimmt. So ein kurzer Sieg an No Man's Sky und es da City sind und so, das muss man sich, glaube ich, in meiner Zeitung angucken, was da alles stand. Ja. So, was schon... Dann gab es noch Revival of Ata, das ist irgendein Vorplayer-Ding, hat man, glaube ich, noch gar nicht mal gezeigt. Dann gab es noch Sheltered, wo wir ja schon gesagt haben, oh, das ist tatsächlich auch jetzt schon draußen für Xbox One und PC. Da werden sie sich gedacht haben, Mensch, schade, das Fallout, wie ist das? Fallout Shelter? Ja, leider ist das gleiche Spiel schon erschienen ist, nur halt mit Fallout-Lizenz. Ja, vor allem bei Fallout Shelter konnten sie auch gar nichts machen, weil als das angekündigt wurde, war es draußen. Das kam einfach wirklich genauer Spiel für sich. Ich meine, man schildert jetzt auch, du hast ihn ja leider einen Monat zu spät war. Aber war also so, oh, die armen Leute. Tut mir auch sehr leid. Dann wahnsinnig viel Team 17, ne, ihr Wurms-Ding. Es gibt ein neues Wurms, das ist aus wie Wurms. Wobei, die würden wir jetzt mehr Dolby aussehen als vorher. Ist das so? Ja. Das sah für mich exakt aus wie Wurms. Dann gab es halt noch irgendwie ein paar Sachen, diese Publishing. Simple Reed Park gibt es auch bei Xbox One. Genau, Ronny Gilbert stand auf der Bühne, das fand ich schön, den mal wieder in etwas größerer Form zu sehen. Was ich auch gezeigt habe, war Killer Instinct, dass er jetzt in die nächste Season geht, das für PC erscheinen wird, also für Windows 10 ganz speziell. Und dass den einen Battletoad, der hat auch einen Namen, den ich jetzt nicht kenne, dass halt der Battletoad als quasi Gastcharakter dazukommt. Finde ich auch super. Das hast du Season 3 schon gesagt? Ja, ja, genau. Das ist also auch eine Sache, die passiert und ich habe Killer Instinct sehr gerne gespielt auf der Xbox One. Das ist ein sehr cooles Kampfspiel, vor allem wegen dem Ender-Unser, eigentlich nur wegen dem Ender-Unser, seien wir doch mal ehrlich. City Skylines kommt. Ja, das war komisch. War das irgendwie schon bekannt vorher? Da wurde kein so großer Deal drum gemacht, aber irgendwie kommt City Skylines auf die Xbox One. Ja, ich meine, vielleicht kann man da sogar U-Bahn dann auswählen. Es soll ja auch Maus- und Tastatur-Support kommen für die Xbox, vielleicht ist das dann sogar machbar. Ich kann mir vorstellen, dass ich es sogar besser steuere, mit dem Controller einfach. Meinst du? Die Steuerung ist einfach nicht so gut, wenn ich überlege, dass ich irgendwie nur mit meinem Analog-Stick durch meine U-Bahn-Linien flicken kann, anstatt die mit dem Maus-Zeiger so zu suchen und anzuschicken. Ja, gut, für sowas Spezielles, aber... Und ansonsten suchst man mit dem Rechts-Stick raus und platziert halt die Gebäude mit dem Linken. Du hast ja keine Eile, weißt du? Deswegen kann ich mir das sonst vorstellen. Ja, mal gucken. Backwards-Compatibility war wieder ein Thema, das jetzt im Endeffekt... Also da haben sie ja wirklich einfach nur das gesagt, was sie auf der E3 im Endeffekt schon gesagt haben. Da gibt es nicht wirklich... Naja, sie haben konkret... Also... Ja, es wurde ein bisschen konkreter. Es gibt jetzt einen Termin, wann die kommt, nämlich im November. Und zwar, das steht hier irgendwo mit Sicherheit... Nee, Launch ist November, steht hier auch. Ja, aber vor allen Dingen halt, dass erstmal die ganzen First-Party-Spiele kommen, aber dass auch die ganzen... Also, das ist auch ziemlich jeder Third-Party-Publisher-Stand da, dass die einverstanden sind. Also, da wird es... Aber ich hatte das irgendwie auch schon so aus der E3 rausgehört, zumindest. Dann wurde es nochmal spannend mit From Software, denn es wurde Gameplay gezeigt, ein Gameplay-Trailer zu Dark Souls 3. Aber hallo. Der sehr gelb war. Ist mir nicht aufgefallen. Nicht? Nee. Ich fand den sehr dunkel, aber nicht gelb. Ja, doch, der war sehr gelb. Das Cover von Dark Souls 3 ist ja auch gelb. Irgendwie ist gelb jetzt ihre Farbe für dieses Spiel, wirkt zumindest so. Sah wirklich aus. Also, man merkt halt, dass es diese Bloodborne-Engine ist im Endeffekt, die sie benutzen, was dem Spiel, finde ich, aber sehr gut tut, weil es sehr, 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 sehr gut aussieht in diesem ersten Gameplay-Trailer. Und du hast halt so ein paar Szenen drin, wo ich dann sage, okay, das will ich jetzt schon gern wieder spielen. Ey, diese... Es gab wirklich einige Momente, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, wo ich so... ...gemacht habe. Ich war ja sehr... Sehr laut, ich habe das nicht gehört. Okay, ja. Ihr wisst ja, ich bin ja sehr zynisch. Oder ich weiß nicht, ob Zynismus die richtige Bezeichnung ist. Aber ich bin ganz gerne, ich bin sehr skeptisch bezüglich Dark Souls 3, einfach weil ich es halt nicht sehr einfallsreich halte, diesen Weg zu gehen. Aber der Trailer sah halt echt geil aus. Ja. Also es wird halt wieder ein Souls-Spiel werden und wir werden es ja auch anspielen. Wir hätten es sogar heute theoretisch anspielen können, weil nach dem Media-Briefing gab es so einen Keller im Hinterweg zu dem gleichen Gebäude, wo ganz viele Anspielstationen standen. Aber es gab original eine für Dark Souls 3 und um die herum stand eine Traube von 20 Leuten. Und ich glaube, da wären wir einfach nicht dazu gekommen. Ja, es wäre auch doof ungemütlich gewesen. Es wäre ungemütlich gewesen und vor allem, wir haben einen Termin auf der Gamescom, wo wir es ohnehin anspielen. Ganz genau, ihr werdet auch ausführlich von uns hören, weil wir es eine Stunde lang anspielen können. Also, damit ihr es wisst, am Donnerstag haben wir einen Termin, wo wir eine Präsentation bekommen für Dark Souls und am Freitagmorgen haben wir einen Termin, wo wir es wirklich spielen. Freut mich sehr drauf. Da freue ich mich auch sehr drauf. Aber ja, der Trailer hat mir wirklich diesen Moment, wo man die Bosse gesehen hat, die teilweise einfach so riesig, gigantisch groß waren, was ich so eigentlich nicht ganz kenn... Also Demon's Souls oder sowas mal drin, aber ansonsten... Es ist nicht sehr Souls-typisch, dass die Bosse... Also natürlich gibt es sowas wie den Gaping-Drag, aber das war ja noch mal... Ein paar Dimensionen größer. Ja, also es gibt eine Szene, wo dieses Gesicht einfach aus dem Doku... Oh, das war so... Wobei ich mir da fast vorstellen kann, dass es gar kein Boss gehen ist. Das stimmt. Das könnte einfach ein Horror-Element sein und that's it. Und es ist einfach ein Freund des Patches. Oh Gott. Patches wurde grad graded. Also tatsächlich, wenn mir jemand sagen würde, dass es Dark Souls ist und es hätte Bloodborne an ihm gestanden, hätte sich auch... Also Bloodborne DLC hätte ich genauso zugestimmt. Ich würde nicht wirklich erkennen, dass es Dark Souls ist statt Bloodborne. Nur an der Stelle, wo du halt diese klassische Rüstung siehst und das Feuer. Aber ich meine jetzt halt vom Gameplay her, weil es war wirklich... Es sah sehr viel schneller aus als Dark Souls in der Vergangenheit. Mit aber Elementen von Dark Souls, dass du eben Backstack zum Beispiel hattest, wo ein großer Deal in diesem... Aber natürlich sein, dass es einfach nur am Trailer-Schnitt liegt, dass das einfach schneller rüberkommt. Aber jetzt... Also da bin ich tatsächlich sehr angefixt worden von... Ja. Weil es halt einfach nicht so aussieht. FIFA wurde dann noch gezeigt. Und war FIFA. Da habe ich auch nicht verstanden, was sie mir sagen wollten. Da haben wir irgendwas von Legends geredet. Ich habe zugehört, aber ich habe es einfach nicht verstanden. Und deswegen überspringen wir das an der Stelle einfach mal ein bisschen. Und kommen zu Homefront The Revolution. Was für ein Spiel? Das noch existiert. Von Deep Silver kommt das. Du meintest, irgendwie mal ein Extrastudio dafür gemacht? Soll ich mal ganz kurz nachgucken, was das genau ist? Genau. Das wäre mal schön zu wissen, wer genau das Spiel entwickelt. Es wurde auf jeden Fall gezeigt mit einem Trailer, der gar nicht so schlecht war. Ah. Ja, ja. Zumindest das Konzept, was sie machen wollten, war ganz nett. Ich habe leider kein Wort verstanden, weil es halt so mega laut war. Ich habe schon verstanden. Das war halt so sehr krass. Oh, dieses Kind sagt... Ja, der Kontrast war sehr offensichtlich. Das Buche und wir zeigen was Böse. Der Kontrast war sehr offensichtlich, dass so ein Kind hat das, was bei so einer Präsentation stand und gedankt hat, den Soldaten, die da ihr Land beschützen, in Anführungszeichen. Und in Wirklichkeit ist es halt was ganz anderes. Die sind da... Im Endeffekt sind es Nazi-Koreaner, die einen da... Die da Amerika beherrschen. Und was sie halt da gemacht haben, sie haben danach Gameplay gezeigt und das sah mega langweilig aus. Ja. Das sah so aus, wie Call of Duty vor drei Jahren aussah mit dieser Drohne, die du gesteuert hast, beziehungsweise nicht Drohne, sondern diesem Fahrzeug mit dem kleinen, das dann explodiert ist bei den Gegnern. Und ansonsten war da nichts zu sehen, wo ich jetzt aufgehorcht hätte und gesagt hätte, oh, das ist aber interessant. Ich finde das Szenario nach wie vor ganz ulkig, aber zumindest in diesem Gameplay war nichts drin, wo ich jetzt sagen würde, ja, das will ich spielen. Ja. Ich will es ganz kurz hier eine Grundgeschichte mal erklären. Crytek hat es ja... In die Richtung reden. Crytek hat es von THQ übernommen, als THQ runtergegangen ist. Und bei THQ war es noch ein ganz normales linearer Shooter. Crytek hat es dann quasi die Co-Publishing-Rechte mit Deep Silver übernommen. Und sie haben daraus dann ein Open-World-Ding gemacht, so irgendwie Far Cry 3 und 4, wie man das halt da jetzt auch in der Demo gesehen hat, so ein bisschen. Und dann hat halt Crytek die finanziellen Probleme bekommen letztes Jahr. Und dann haben sie die Rechte komplett an Deep Silver verkauft. Ja. Und da entwickelt es jetzt ein Studio, warte kurz, namens Deep Silver Damn Buster. Damn Buster. Ja, genau, das war ein neues Studio. War das die Darksiders-Macher? Ah, nee, das weiß ich, das sind die... Crytek hatte doch die Macher von... Die hatten so ein englisches Studio, Crytek. Timesplitters? War das die Timesplitters-Macher? Das weiß ich. Crytek UK? Warte mal, die hatten Crytek UK gegründet. Live-Recherche. Ja, das war so eine ganz absurde Geschichte. Die hatten irgendwie Crytek UK gegründet. Free Radical war es früher. Was Free Radical war. Die hatten da Timesplitters gemacht. Ach Gott. Und Second Side und Haze, genau. Und das ging dann ja alles kaputt. Und dann haben sie Crytek UK wurde dann gegründet. Und da haben sie so ein bisschen am Multiplayer von Crytek Spiel mitgearbeitet. Und haben dann, wenn ich mich recht erinnere, Homefront quasi bekommen. Um das zufällig zu machen. Und dann wurden sie wieder geschlossen. Für... Dann werden sie ein finanzielles Problem. Und dann wurden sie zuletzt von Deep Silver mit übernommen. Und in Deep Silver Damn Buster umgenommen. Also es ist im Grunde tatsächlich noch das gleiche Entwicklerteam wie vorher. Einfach unter einem neuen Publisher. Das ist die, glaube ich, Geschichte. Live-Recherche hier bei Hooked. Also eine sehr komplizierte Entwicklung, wo nichts so lief, wie es laufen sollte. Und herausgekommen ist so ein Shooter, der seinen Vorbild hinterherhinkt von dem, was ich bisher gesehen habe. Wo man sofort, oh jetzt fängt, ah jetzt kommt die Assassin's Creed Far Cry Drehung um die Spielwelt, nachdem du diesen Punkt entdeckt hast. Spannend. Da hast du das explodierende Spielzeugauto aus Black Ops 1, was glaube ich, oder so. Oder für 2, ich weiß nicht. Also da war alles, was man gesehen hat, war bekannt aus anderen Spielen, interessanter. Da hat mich wirklich gar nicht, also das heißt, ich habe wirklich sofort alles wieder vergessen von diesem Spiel. Ich glaube, sie wollten so ein bisschen dieses Bild einbrennen von dieser Revolution, wie die Arcana oben hält und sowas. So eine amerikanische Flagge oben haben. Ja, ja, ja. Und das war ein bisschen heavy-handed. Das, genau. Dieser kompletter Trailer war heavy-handed, das Gameplay war heavy-handed. Und ja, die Entwicklung war ein bisschen heavy-handed. Danach kam Dan Greenwald auf die Bühne und es ging um Autos mit Forza 6. Forza 6 sieht nach wie vor wirklich wie ein sehr, sehr, sehr hübsches und sehr, sehr gutes Spiel aus. Die Prägen. Prägen existiert. Ich glaube, wir müssen nicht so viel drüber sagen, oder? Die Pfützen sind genauso wie in echt auf der Strecke. Sie haben jede Pfütze akkuratisch nachgestellt. Sie haben mit diesem Laser durch die Pfütze gestreift, haben die Lasers auf die Pfütze gescannt, die mitgenommen in den Eimer. Und dann haben sie dieses genauso nachgebaut. Denn das gehört zum Automotorsport dazu. Pfützen. Pfützen. Ey, mein, der Marktkumpel-Rennfahrer, der konnte tatsächlich, der hat die Laser-gescannte Rennstrecke in Forza 5 gesehen. Und den Assetto Corsa und konnte dann genau sagen, wo der Laser-Scan in Forza 5 nicht richtig war. Okay. Ja, dann wurden kurz noch ein paar Third-Party-Spiele gezeigt, nämlich zum Beispiel Rainbow Six Siege. In einem Trailer, den ich so komplett nichtssagend fand, ehrlich gesagt, wo man halt GSG 9 gezeigt hat, weil wir sind in Deutschland, Hurra. Und hoffentlich haben sie so eine richtige, schöne, auch dann, hoffentlich ist die Bundeswehr-Rekrutierungsstation, die es auf der Gamescom immer gibt, was ich mega schlimm finde, direkt daneben steht irgendwie. Wo man sich als GSG dann verkleiden kann, man kann irgendwie auf Leute schießen, die man dann töten kann, die Theoristen. Das wäre doch schön. Just Cause 3 wurde auch ein kurzer Trailer gezeigt, das sieht nach wie vor sehr nach Just Cause aus. Und ich nehme Just Cause 3, das wäre noch sinnvoll. Und Raketenwerfer auf was schießen kann, ja. Das wäre tatsächlich sehr lustig. So, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider wurde nochmal gezeigt, dieses Mal mit einer wirklich etwas längeren Szene, wo du gesehen hast, wie sich dieses Spiel spielt. Und da waren wir beide so ein bisschen, ja, nicht mal unbedingt erschrocken, sondern es hat ja, es erfüllt ja im Endeffekt die Erwartung, nämlich die, dass es wirklich einfach nur nochmal Tomb Raider ist. Also es hat meine Erwartung echt unterboten. Bei mir war es diesmal auch so, weil das mit dem Eis, was sie beim letzten Mal gezeigt haben, da denke ich mir noch, okay, wenn das halt so diese Achterbahnfahrt ist, dann mache ich das gerne mit. Aber das, was sie jetzt gezeigt haben, ist wirklich, hätte ich so 100 Meter weiter weggesessen und das gesehen, ich hätte nicht sagen können, dass das jetzt ein neues Tomb Raider ist, weil das einfach so unfassbar gleich aussieht vom Szenario, was sie dort gezeigt haben, vom Gameplay, was sie dort gezeigt haben, vom Interface, von der Upgrade-Mechanik, die Lara hat, von Lara selbst. Das ist alles wirklich so, war alles da, genau. Also da war so gar kein kreativer Funke in dieser Gameplay-Demo drin, sondern sie wussten, okay, das hat funktioniert, also machen wir das jetzt genau so nochmal. Ist natürlich im Endeffekt die Konsequenz dessen, was wir bisher so gesehen haben von Rise of the Tomb Raider, aber es gab ja danach noch einen Trailer, wo es tatsächlich mal um Tombs ging. Und den fandest du ja zum Beispiel gar nicht so schlecht. Das war nur ein Zusammenschnitt von Szenen, aber das sah alles endlos interessanter aus als alles, was man da vorgesehen hat, weil da wurde halt nicht irgendwie, da hat Lara nicht die Truppen, die einfach nur ein bisschen, sich unterhalten haben, möglichst brutal zerschmettert und sie vergiftet und sie dann Berge runtergeworfen. Ich habe auch schon fast ein bisschen das Gefühl, das ist trotz. Ja, ne? Also es gab diese ganze Kritik bei Tomb Raider und die sagen sich so, ja, das war doch gar nicht brutal. Das ist brutal. Und jetzt machen wir es mal richtig. Ja, das war so, ach, Mann. Das ist so komisch. Wenn sie niemals versucht hätten oder gelabert hätten von wegen, sie machen das jetzt echt und auch Mord, Hilfe, Hilfe, dann wäre es mir gar nicht so schlimm aufgefallen, aber da sie nochmal so großen Wert draufgelegt haben, ist das einfach alles noch schlimmer. Nur die Charakterisierungen gingen ja auch in diese Richtung. Aber das ist halt ein Teil zum Beispiel von Tomb Raider, wenn ich mich sage, der hat nicht funktioniert. Für mich hat aber der Rest halt funktioniert als dieses Konglomerat dessen, was die letzte Konsolengeneration ausgemacht hat. Das jetzt allerdings nochmal zu machen, das ist halt in der neuen Konsolengeneration, das weiß nicht, ob das so gut klappen wird. Ja, sehe ich genau. Kann aber gut sein, dass Rise of the Tomb Raider da auch sehr schnell die Rechnung für kriegt, wenn es dann mal draußen ist. Weil ja sowieso schon nicht unbedingt die Leute, also die Leute wollen nicht, dass das Spiel erfolgreich ist. Allein schon, weil die halt diesen Exklusiv-Deal gemacht haben und die ja ein Jahr auf der PS4 warten müssen, bis es rauskommt tatsächlich. Das ist ja eine extrem lange Zeit. Wäre das ein bisschen unnötig? Also, es könnte, die hätten für mich, wenn sie es versucht hätten, keine langweiligere Demo zeigen können, wo wir gerade davon reden, Halo 5. Ja. Was zum Fick, Microsoft, war denn das? Ich war richtig excited, als Mike dachte ich, oh jetzt endlich, weil diese Marketing-Kampagne von Halo 5 verwirrt mich zutiefst. Wirklich, ich verstehe nicht, was sie über diese Marketing-Kampagne denken. Das Spiel kommt jetzt ja in zwei Monaten raus und sie erzählen ständig davon in Blog-Posts und in, Entschuldigung, ich rede, falls das immer sich bei mir komisch anhört, ich rede zu oft am Mikro vorbei. Sie erzählen in Blog-Posts und was weiß ich wo immer wieder davon, wie sie das Kampagnen-Gefühl jetzt komplett neu überarbeitet haben, wie es jetzt alles darauf ausgelegt ist, mit vier Spielern gespielt zu werden und dass sie keinen Splitscreen mehr haben, weil das haben sie nicht mehr. Es gibt weder im Multiplayer noch im Singleplayer noch in der Kampagne einen Splitscreen-Modus. Das ist alles nur noch online und das haben sie halt gemacht, weil sie 60 Frames haben wollen, das alles aber auf dieser riesigen, großen Reichweite mit irgendwie viermal so vielen Gegnern oder zehnmal so vielen Gegnern wie vorher und gigantischen Sandboxes, bla bla bla. Haben wir noch nichts vor, wir haben als einziges, was wir von der Kampagne gesehen haben, war das E3-Ding, was total langweilig war, ohne irgendwas Aufregendes gezeigt zu haben und auch jetzt nicht mal ansatzweise irgendwie episch oder groß war, sondern einfach völlig stringent, linear und deswegen wird sie eigentlich mal Zeit, das zu machen und stattdessen zeigen sie dann irgendwie fünf bis zehn Minuten von irgendwelchen E-Sports-Moderatoren, die auch irgendwie Brasilien oder irgendwie Köln gegen Dortmund moderieren könnten. Haben sie dann so ein in den Headquarters von 343 Studios aufgenommenes Trainingsmatch von E-Sports-Veteranen kommentiert. Spannend zu machen. Das hat aber so getan, als ob es irgendwie live gewesen wäre und dann auch noch so getan, als ob es irgendjemand interessieren würde und dann haben sie noch so beglückwünscht das Team, als ob sie das gewonnen hätten, aber es war ja nur ein Trainingsmatch oder so ein Probematch. Also es war einfach alles komisch und absurd und es war nicht spannend, es war halt eine neue Map. Aber wenn du nicht Teil dieser E-Sports-Truppen bist, dann interessiert dich das nur so peripher. Selbst die neue Map hätte ich zum Beispiel nicht erkannt. Ich auch nicht. Ich bin Fan von Halo und ich setze... Ja, mein Gott, okay. Sag's mir halt. Gib mir ein Bild davon auf eurem Blog, das reicht mir. Du musst jetzt nicht da so eine komische... Ja, ist ein bisschen komisch, diese Geheimniskrämerei um die Kampagne. Kann halt zwei Sachen bedeuten. Nämlich zum einen, dass sie relativ früh in der Kampagne einen Bruch drin haben, der irgendwas anders macht, was sie noch nicht spoilern wollen. Aber sie erklären so viel zur Kampagne. Das wirkt nicht so, weil sie erklären ja immer, was man macht. Ja, okay. Also das klingt halt nicht so. Da steckst du halt mehr drin als ich. Also sie erklären ja immer, es gibt ja die zwei Teams, Blue Dream, mit Spartan und seinen ganzen Leuten, Linda und Fred und so, die man aus den Büchern schon kennt, wenn man sie gelesen hat. Und auf der anderen Seite halt Locke mit seinem Spartan-Team, wo halt zum Beispiel der, wie heißt der Schauspieler? Nathan Fillion. Nathan Fillion aus Halo, ODS-T auch bei ist. Und die in der Rolle von Locke haben so speziellen Weiser, wo sie so ODS-T-mäßig auch durch Wände gucken können und bla. Und dafür haben die Spartans halt irgendwie spezielle Fähigkeiten. Das erklären, wie man hin und her wechselt und so. Das haben sie schon alles erklärt und wie das dann mit den Multiplayer-Matches funktioniert, wie das dann mit den Vier-Spieler-Matches funktioniert und bla bla bla. Alles erklärt, aber eigentlich war noch nicht gezeigt. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ich vermute halt so ein bisschen, dass sie nichts mehr zeigen wollen von der Kampagne, bis das alles auf der maximalen Auflösung und maximalen Framenzahl ist. Kann sein. Aber das ist einfach nicht so gut. Also ich bin da, Halo 5 ist halt das erste Spiel aus der neuen Konsolengeneration, wenn ich mich daran erinnere, wie das bei Halo 3 war, wo ich komplett ausgerastet bin am Tag des Releases. Und das ist das Spiel, an dem ich am wenigsten gehypt bin von allen Halo-Teilen. Das sollte bei einem Spiel auf einer neuen Konsolengeneration wirklich nicht so sein. Und vor allen Dingen, noch einmal kurz was, wenn sie sich dazu entscheiden, Multiplayer zu zeigen, dann zeigt doch, wenn ihr für die Presse was macht und für die Allgemeinheit ja nicht für die Presse, sondern für die Allgemeinheit was macht, dann zeigt doch mehr von Wargames. Das ist das große, wo du mit 50 Spielen auf einer Map bist und überall explodiert was und das ist so ein bisschen Dota-mäßig, wo du Basen einnimmst und dann Waffen und Fahrzeuge kaufen kannst. Das ist doch spannend. Zeig doch nicht so ein 4-on-4-Arena-Match. Also who the fuck cares, oder? Ja, da habe ich auch etwas abgeschaltet in dem Moment. Es war aber zum Glück nicht alles Halo, was sie an diesem Abend gezeigt haben. Haben sie alles wieder gut gemacht, alles was ich gesagt habe ist egal. Zum Schluss gab es noch eine Weltpremiere, Robin hat es vorhin schon mal kurz erwähnt. Es wird unglaublicherweise eine Fortsetzung geben von Halo Wars. Halo Wars 2 haben sie angekündigt, diesmal natürlich nicht mit den Ensemble Studios, die es das letzte Mal entwickelt haben. Die Age of Empires entwickler damals, die gibt es nämlich in der Form nicht mehr, sondern mit Creative Assembly und 343 macht er halt mit. Und die machen zusammen ein Strategiespiel, da gab es einen kurzen CG-Trailer dazu. Und ja, das ist etwas, was passiert und nächstes Jahr rauskommen soll. Ich bin so excited, man. Halo Wars ist so ein Diamant auf dieser Konsole, ein unterschätzter Diamant. Ich habe Halo Wars ein bisschen gespielt, als ich damals diese ganzen Sachen nachgeholt habe. Aber ich glaube, ich habe nur die Demo gespielt. Ich weiß aber, dass ich damit mehr Spaß hatte, als ich vermutet hätte, mit einem Strategiespiel dieser Art auf der Konsole zu haben. Es ist halt wirklich für die Konsole entwickelt. Das merkst du halt total, weil es halt total... Ist nicht der Simon von Game of Thrones auch so... Simon ist ein riesiger Fan. Simon und Buddy haben schon öfter mal so Multiplayer-Matches gespielt. Und allgemein der Multiplayer davon ist halt wahnsinnig toll. Es ist halt wirklich auf die Konsole ausgelegt. Das heißt halt, du hast keine riesigen Tropfen verwendet, du hast keine mega komplexen Dinge, sondern es ist recht simpel. Aber dadurch, dass es auf der Konsole ist, ist auch das Simple dann nicht mehr so einfach. Das heißt, es macht halt einfach total Spaß, weil es darauf ausgelegt ist. Und bei Halo Wars war das Besondere, es war so das erste Halo, was diese richtig krassen CGI-Sequenzen hat in der Kampagne. Die Kampagne hat sich halt erzählt mit so unglaublich geil dargestellten CGI-Grafiken. Und dieser Trailer, den ich da gesehen habe, lässt mich vermuten, dass das auch im zweiten Teil wieder der Fall sein wird. Alles gut? Ja. Dass es auch da wieder der Fall sein wird. Und spielerisch wird es wahrscheinlich dann schon was... Das würde mich vielleicht halt ein bisschen skeptisch werden, weil es halt jetzt für PC und Xbox One kommt. Crossplay. Und wie das funktioniert... Wobei Crossplay wäre mir ein bisschen unfair. Ja, also da bin ich mir halt noch nicht so sicher. Weil wie gesagt, dass Halo Wars 1 so gut aber tatsächlich funktioniert hat, weil es extra für den Controller entwickelt wird. Wenn du es aber extra für den Controller entwickelst, wird es auf dem PC scheiße sein. Umgekehrt wird es auf der Konsole scheiße sein. Ich weiß noch nicht so ganz, wie sie das vereinen wollen. Stimmt. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, dass du eigentlich ein Spiel ganz anders entwickeln musst. Wenn du es... Also ein Strategiespiel dieser Art zumindest ganz anders entwickeln musst, wenn du es auf Konsole oder PC angehst. Oder es kommen halt wirklich zwei Versionen, die unterschiedlich sind. Oder es gibt auf dem PC nur Controller-Support. Ja. Ja, nee, das können sie nicht machen. Meinen Sie nicht? Übrigens, es gibt noch... Nee, glaube ich nicht. Das geht nicht. Das können sie nicht machen. Strategiespiel ohne Maus und Vorhaben. Das versuch das so. Zweiter Punkt, warum man skeptisch sein darf. Creative Assembly. Ein guter Entwickler. Die haben bisher einmal ein Konsolen-Strategiespiel gemacht. Und das war Stormrise. Stimmt, die haben schon mal was gemacht. Stormrise ist ein Running Gag, über den sich selbst Fabian Döhler, der PR-Manager, der damals Stormrise vermarktet hat, noch heute sich lustig macht und regelmäßig darauf zurückkommt, weil Stormrise so ein gigantischer Haufen Scheiße war. Ja, das musst du mir einfach mal ganz klar sagen. Es war wirklich ein echt schlechtes Spiel. Also er verschenkt die Spiele teilweise, um halt die Leute zu verarschen, die es geschenkt bekommen, als quasi Bestrafung. Ist echt kein gutes Spiel gewesen und das war halt von Creative Assembly. Deswegen kann man da skeptisch sein. Ja, Creative Assembly hat halt einen Track-Record, der mal so, mal so ist. Selbst innerhalb der Main-Total-War-Reihe gibt es ja nun mal Ausfälle, wo Leute sehr, sehr sauer wurden. Bei Rome 2 zum Beispiel. Das sind ja einfach Spiele, die zwar immer noch das Potenzial haben, aber irgendwie nur jedes dritte ist so wirklich gut, habe ich das Gefühl bei Creative Assembly, weil die aber auch so viele machen. Ich frage mich halt so ein bisschen, wie das dort funktioniert. Ich schätze mal, die haben ein Total-War-Team. Aber macht das Alien-Team jetzt gerade Halo Wars 2? Hat das Alien-Team vorher Viking gemacht? Ich weiß aber auch gerade nicht, wie groß Creative Assembly ist und wie viele Entwickler von 343 Industries zum Beispiel jetzt dabei sind. Super, so einen Laptop schon zu haben. Wie sie diese Entwicklungsressourcen tatsächlich aufteilen. 343 ist halt einfach das Masterminds, die Story quasi schreiben werden und so. Aber entwickelt wird sicherlich von CA. Ich schau mal, die haben ungefähr 300 Leute. Ja, das ist schon eine Nummer. Das ist schon eine Nummer. Ich schau mal gerade, was die gerade machen. Total Warhammer machen sie? Total War Arena. Das ist deren Free-to-Play-Online-Multiplayer-Total War. Das habe ich vergessen. Ich glaube, ist das Free-to-Play? Warte. Sie arbeiten bestimmt an einem neuen Alien-Spiel. Genau, Free-to-Play. Das ist noch nicht angekündigt. Dann machen sie Total War Battles Kingdom, was so ein Tablet-Ding ist von Total War. Okay. Aber das sind ja dann 10er-Team. Total War Warhammer und Halo Wars 2. Ja, das ist machbar. Ja. Naja, es sind schon 4 Spiele, muss man schon sehen. Ja, aber 2 kleine. 2 kleinere und 2 große, ja. Aber wie gesagt, woher kommt dieses Halo Wars 2-Team her? Was hat es vorher gemacht? Ist es das Alien-Team? Ist es das Viking-Team? Ist es das Stormwise-Team, dass du das erste Mal wieder Arbeit bekommst? Sind es ehemalige Ensemble-Mitarbeiter, die jetzt bei Creative Assembly angefangen haben, um ein neues Halo Wars zu machen? Das würde mich dann wieder sehr zufällig stimmen. Damit habe ich so null gerechnet. Also damit hat niemand gerechnet. Wie könnte man damit gerechnet? Aber ich habe halt sofort gesagt, so als die damit anfingen, so Spin-Off. Ist das Halo Wars, Tom? Ist das Halo Wars? Ne, wir haben halt beide, also es gibt ja eigentlich Spin-Off-technisch nicht so viel Auswahl oder ODST oder so. Ja, das habe ich auch kurz gedacht, aber ich glaube, es gibt keinen Sinn. Ne, das würde auch momentan überhaupt nicht reinpassen. Und Halo Wars ist anders genug, als dass ich sage, okay, ja, macht. Aber es erschien so un... Ja, natürlich, weil jeder, weil Halo Wars halt jetzt nicht die Reputation hat. Wollen wir mal einfach, soll ich einfach kurz was vorlesen? Was denn? Wollen wir mal kurz, machen wir mal kurz unter Haltung, Tom. Ja, im Endeffekt, so wie Robin dieses Halo Wars, ich schätze mal, es geht um Halo Wars gleich, ne, Robin? So wie er damit fertig ist, können wir das ja auch beenden, weil das war so ziemlich alles, was Microsoft angekündigt hat. Ich möchte nochmal kurz erwähnen, dass außerhalb dessen announced wurde, dass bei Destiny Peter Dinklitz rausgenommen wird als Synchronsprecher und stattdessen Nolan North jetzt den Ghost neu einspricht für alles, was in Taken King drin ist und alles, was davor schon mal eingesprochen wurde. Am Skript wird leider nichts verändert, aber es wird neu eingesprochen von Nolan North, wohl weil das von Peter Dinklitz, naja, wir wissen ja alle, wie es war. Ja, this wizard came from the moon. Halo Wars funktioniert einfach. Es begeht neuen Boden und macht das, was es machen will, fast perfekt. Wer mit dem Argument daherkommt, dass man Rollen, nee, RTS einfach nicht auf der Konsole spielen kann, der liegt schlicht falsch. Hier wiederholt sich die Geschichte. Klingt sehr nach dir. Hier wiederholt sich die Geschichte. Zum Release von Halo behauptete alle Welt, es wäre nicht möglich, einen modernen Ego-Shooter auf die Konsole zu bringen. Heute ist das Standard und ehemals PC-exklusive Franchise. Es verkaufen sich besser auf der Konsole als auf dem PC. Ob es sich in Zukunft mit den Exide-Strategiespielen ähnlich verhalten wird, kann ich nicht sagen. Halo Wars zeigt aber, dass es möglich ist. 9 vor 10, Robin Schweiger. Daemonews.de, 9. März 2009. Ach Gott. Ein 18-Jähriger, nee, 17-Jähriger Robin hat, das war wirklich, ich erinnere mich noch, ich habe diesen Test geschrieben, im Schulamt, wo ich die Ausbildung hatte, weil der Typ immer unterwegs war, mit dem ich im Büro saß und dann habe ich da so den längsten Test, den ich hier geschrieben habe. Da war irgendwie 5 oder 6, die nach 4 sind. So richtig schlecht geschrien ein Test, weil kein Test sollte so lange sein. Aber ich war so begeistert von diesem Spiel, dass ich dem auch dann direkt einen 9 von 10 reingepackt habe. Weiß nicht, ob ich da mir noch hinterstehen würde heute. Aber nur um nochmal zu zeigen, ich war wirklich excited bei dem Ding. Ja. Und ja, beziehungsweise bezüglich Nolan North ist eine total komische Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass es auch einfach ein Jahr Lizenz hatten sie für Tvidad Linklitz. Ja, und jetzt den nochmal ranholen, ist dann auch teuer. Ja, vielleicht müssen sie auch gar nicht, also ich glaube, vielleicht geht es wirklich nur um Lizenzkosten, um die Stimme zu behalten. Und da sagten sie, ey, hör mal. Aber so mittendrin kannst du es ja auch nicht wirklich ändern, die Stimme von Ghost. Wie meinst du? Weil sie für Taken King ja offensichtlich einen neuen Ghost-Dialog hatten. Und da hätten sie ja wieder Peter Linklitz ranholen müssen. Ah, du hast recht, natürlich. Und das ist wahrscheinlich auch nicht billig. Also bei den anderen beiden DLCs war auch kein Ghost mehr dabei. Der Ghost hatte keine Stimme mehr. Komisch. Ja, aber vielleicht, ich weiß gar nicht. Ich glaube, Nolan North ist einfach wesentlich flexibler. Ja, auf jeden Fall. Also den sich reinzuholen in Studios. Aber das ist halt so absurd, dass ein, so dieses größte Verkaufs, also riesige Verkaufsargument, ja, ja, Peter Linklitz als Stimme, bam, und dann wird es fucking Nolan North. So, ja, Nolan North halt. Das ist so die, die Stimme, die jeder hat. Das würde ich ja auch mal hören, wie Nolan North das dann macht. Ja, weil das, die Sache ist halt, also Peter Linklitz hat schon echt scheiße, also wirklich scheiße gesprochen. Wobei das auch anhand der Regie, die muss daran schuld sein, weil es gibt ja, das habe ich ja in meinem Giga-Video damals gezeigt, es gab ja die früheren Takes von Peter Linklitz und die waren super gut, super lustig, super irgendwie betont. Und dann wird gesagt, nein. Also es waren Takes, wo man noch nicht, das war noch nicht Peter Linklitz. Doch, es war Peter Linklitz. Ist das so? Nur ohne die Maschine. Ach so, okay. Es war Peter Linklitz, der halt auch einen anderen Text hatte, einen lustigeren Text, und hat super gesprochen. Man wurde aber ausgetauscht mit diesem dröhnenden, monotonen Nichts von Stimme. Und die richtige Entscheidung, Activision, Geheimnis, wäre gewesen, die ganzen scheiß Monologen aber neu zu schreiben. Die sind nämlich echt schlecht. Haben sie aber nicht gemacht, weil das wäre zu viel. Damit hätten sie halt Story schreiben müssen für Destiny. Und leider haben sie alle schon gefeuert, die dafür verantwortlich waren, weil es Müll ist. Ja, das ist halt einfach, das ist also, ich habe selten so ein deutliches Hi-Phone gesehen, okay, das war ganz schön scheiße, wir machen das. Überlegte, das war einfach, die vergangenen Dialoge werden rausgeschnitten und neu aufgenommen von einem veröffentlichten Spiel bei einem Hollywood-Star. Das ist kaum zu fassen. Ja. Und auch ein schöner Abschluss für diesen Podcast. Ich werde niemals Fakten King spielen, dann irgendwann verkaufe ich meine Xbox mit dem ungepatchten Destiny mit dem... Peter Dinklitzsch. Genau. Aber du kannst es ja gar nicht anmachen. T-P-E-T-P-I-T... P-D... 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 P-I-A-R-Dinklitzch. Funktioniert das? Wenn man sie jetzt spielt, könnte auch ohne es zu updaten, dann... Ach stimmt. Okay, einer von euch muss noch einen Server aufziehen. Dankeschön. Private Destiny Server. Classic Vanilla. Damals war es noch besser. Oh, erinnert sich an? Vanilla Destiny? Das war noch Zeit. Und das war wirklich das Beste. Ey, wenn in zwei Jahren irgendwie mit so einer Scheiße herkommt, dass das Vanilla Destiny das Beste war. Ich glaube selbst bei nostalgischen Leuten, also wirklich, da musst du wirklich ein komplett Irrer sein. Wer weiß. So, bei uns, die Games kommen dann morgen so richtig los. Sollen wir mal gucken, womit? Kann man vielleicht mal was sagen. Falls nicht, hört ihr das ja auch spätestens dann morgen. Ja, aber dann könnt ihr jetzt schon mal hören. Wir haben morgen, am Mittwoch geht es nämlich morgens um 9.30 Uhr für uns los. Um 10 Uhr mit Ubisoft, wo wir halt Syndicate und Anno und Virtual Reality sehen. Dann bist du bei der Blizzard-Konferenz, Tom. Ich gucke mir Fragments of Him an, ein Indie-Spiel. Dann sind wir bei Devolver und sehen ganzen Devolver-Spiele. Und dann haben wir ganz viel Pause, weil der Mittwoch haben wir jetzt Absicht freigelassen. Relativ viel, damit wir halt über die Messe laufen können. Wenn sie noch halbwegs leer ist. Genau, wenn sie halbwegs leer ist. Und dann gucke ich mir abends noch, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt zu zweit machen können. Wir gucken uns Elex an von Gothic-Machern, das neue Spiel, wird uns da präsentiert. Sehr gut. Und am nächsten Tag kann ich mir die Zwerge angucken mit dem Chef Ian Taysen von KingArts und Markus Heitz und dem Florian Emmerich von Eurovideo. Ich weiß aber noch nicht, ob sie einfach einsperren und dann einfach mit so einer Lampe ins Gesicht halten. Wer war das? Oder ob ich einfach verschwinde. Könnte ein Verhör werden. Ich bin da sehr, da bin ich wirklich, also da freue ich mich sehr hart drauf auf diesen Termin. Also morgen soll es ein relativ entspannter Tag werden. Eigentlich würden die alle relativ entspannt werden. Haben wir mit Absicht so gemacht. Oculus, müssen wir daran denken. Während dieser freien Zeit, dass wir da mal zu Oculus gehen und zu Microsoft auch, weil wir da keine festen Termine bekommen haben. und ich mir von Kamiya noch Scalebound zeigen lassen möchte. So. So, das war der erste Podcast zur Gamescom 2015. Wir gucken uns das mal ein bisschen hier drehen, dass wir vielleicht das Hotel nochmal zeigen. Und diese Video-Footage, die werdet ihr erst sehen, wenn wir wieder im Lande sind. Weil wir einfach hier keine Hardware haben, um das zu schneiden. Wir kriegen das mit dem Tom's Laptop, wir kommen gerade zu diesem Podcast hin. Mehr geht leider nicht. Also hoffentlich. Ja. Hoffentlich, ja. Und mehr wird auch zeitlich schwierig mit zwei Leuten. Ja. Die größeren Studios, die größeren Redakteure haben ja eigene Cutter und Kameramänner dabei. Aber wenn alles so läuft wie geplant, dann habt ihr in den nächsten Tagen jeden Tag oder jeden Abend sozusagen und dann für den Folgetag einen Podcast, wo wir über die letzten Sachen von der Gamescom reden. Genau. Und das ist dann auch informativer als so die Male. Ich glaube, das ist hilfreicher, als wenn wir zehn, fünf Minuten Videos veröffentlichen. Alles klar. Dann vielen Dank an der Stelle fürs Zuhören. Und wir hören uns dann hoffentlich morgen bis dahin. Euch noch einen schönen Tag. Kamia, ich habe ein Foto mit Kamia gemacht. Kamia, ich liebe dich. Falls du mich mehr ruht, melde dich. Ich habe dir nur so einen Sienkatz zugesteckt. Hast du wirklich gedacht? Nein, eigentlich nicht. Aber jetzt merger ich mich, was ich gemacht habe. Beim Händedruck. Mit so einem Herz drauf. Ja. Hätt ich ihm noch mal auf mir gegeben. So, drück jetzt auf den Kopf. Kamia, liebe dich. Tschüss. Jr. Jónic. N Marvin. $1,1 Jónic. Dío. Mato. Bis zum nächsten Mal.